Du möchtest in Dubai Immobilien investieren, weißt aber noch nicht ganz genau was und wo? Ich helfe dir dabei. Kommt gerne mit. Wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, ja, was ist denn eurer Meinung nach am besten? Wo soll ich investieren? Was soll ich investieren? In welcher Lage? Soll es eine Wohnung sein? Soll es ein Haus sein? Villa, Townhouse? Da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viel Auswahl. Mein Name ist Emre, Emre Aktürk aus dem Sales Team Germany und ich erzähle euch einfach aus meiner Erfahrung, aus unseren letzten drei, vier Jahren, die wir unsere Investoren jetzt mit begleiten, was wir wie empfehlen, damit du ein sicheres und gutes Investment hast. Mal grundsätzlich gesprochen, müssen wir diese Frage immer differenzieren. Was hast du vor? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Man kann dir keine pauschale Antwort darauf geben, auf die Frage, was soll ich kaufen? Es kommt immer darauf an, ob du das für dich selber nutzen möchtest, ob das ein Investment sein soll oder wer weiß, was auch immer. So, zum Thema Eigennutz, naja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es kommt halt auf deinen Geschmack drauf an. Was möchtest du haben? Wie groß ist dein Geldbeutel? Oder wie groß ist das Budget, was du dir für Dubai reserviert hast? Wenn du mir diese Faktoren auch nennen kannst und sagst, Emre, ich will mir das anschaffen für den Preis, dann kann man sich mal angucken, okay, welche Areas kommen denn für dich in Frage? Weil das alles, also man kann nicht immer alles immer haben, ne? Also so ein magisches Dreieck, entweder passt das Budget nicht oder die Lage passt nicht oder das Objekt an sich passt vielleicht nicht. Deswegen, du solltest mal so zwei, drei Eckpunkte haben, wo du sagst, das sollte meine Traumimmobilie auf jeden Fall haben. Und dann können wir die richtige Immobilie für dich natürlich auch aussuchen. Thema Investment, ja, da scheiden sich die Geister. Wir haben eine ganz, ganz klare Meinung dazu. Für uns sind die besten Investments immer da, wo dein Mieter wohnt, wo dein Mieter lebt und wo dein Mieter auch tatsächlich gerne Zeit verbringt. Das ist nun mal in den B-Lagen, weil, seien wir mal ehrlich, hier in der A-Lage, ihr hört das hoffentlich nicht, weil wir ein gutes Mikrofon haben, aber hier hast du dauernd Baulärm, du hast den Verkehr, du hast viel Trubel, na? Und all diese Sachen möchte der typische Mieter hier in Dubai, der hier sein ganz normales Leben lebt, arbeiten geht und ein, ja, Otto-Normalverbraucher ist, der möchte das gar nicht mehr haben. Das zeigen unsere Erfahrungen auch mit der Vermietung in Haven. Darüber können wir nachher auch noch kurz sprechen. Deswegen sagen wir immer, das Investment muss deinem Mieter gefallen und nicht dir selber. Ich bekomme oft die Frage, Emre, was ist denn besser? Erdgeschoss oder mittlere Etage, hohe Etage, Sonnenausrichtung oder Poolblick oder nicht? Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es manchmal gar keine so große Rolle spielt, welche Wohnung du hast, weil das Gesamtkonzept muss einfach stimmen. Mal angenommen, du kaufst dir jetzt eine Wohnung in der höchsten Etage mit Poolblick, mit Blick auf, keine Ahnung, auf einen schönen Golfplatz, aber die Immobile ist wirklich verranzt und der Mieter will da gar nicht drin wohnen, weil alles stinkt, weil das Management schlecht ist, weil die Nachbarn einfach schlecht sind, laut und dreckig, dann bringt dir dein Ausblick nichts, dann bringt deine Höhe nichts. Und deswegen sagen wir immer, das Gesamtkonzept muss passen. Und dieses Gesamtkonzept, das ist das A und O eines erfolgreichen Investments, weil dein Mieter muss nicht nur ein Jahr glücklich sein in der Wohnung, sondern 10, 15, 20 Jahre, weil innerhalb von den ersten drei Jahren, ja, ist vieles schön, aber das zahlt dir noch lange nicht deine Immobilie ab. Wir wissen alle, Immobilien ist langfristiges Geschäft und genau so gehen wir ja auch fort und sagen, wir machen Buy and Hold und sorgen dafür, dass du langfristig sicheres Investment hast. So, auf die Frage zurückzukommen, welche Wohnung ist denn jetzt so die beste? Wie gesagt, bei uns kommen Mieter rein, der eine sagt, hey, ich habe Höhenangst, ich möchte unbedingt eine Erdgeschosswohnung haben. Der andere sagt, ich möchte aber kein Erdgeschoss haben, ich möchte einen schönen Ausblick haben und ich will hochgehen. So, deswegen ist das so praktisch bei uns, weil wir das gesamte Gebäude in unserer Kontrolle haben und können dann dem Mieter einfach die Option aufzeigen und sagen, wir zu Mieter, besonders bei der Erstvermietung von unseren Projekten können wir sagen, wir haben diese Option für dich, wir haben diese Option für dich, welche möchtest du denn gerne ziehen? So, und da haben wir bei Haven einfach die Erfahrung gemacht, dass der eine das so will, dass der andere das so haben möchte und dementsprechend sage ich auch immer, kauf ein Stück weit auch das, was dir gefällt, wo du dich selber auch wohl damit fühlst, weil ich möchte natürlich, dass du ein gutes Bauchgefühl hast bei deinem Investment, dass du sagst, yo, ich finde die Wohnung selber so gut, dass ich auch notfalls selber drin wohnen würde. Okay, willst du nicht oder wirst du nicht, weil wir die Wohnung für dich vermieten, aber es ist ja auch immer eine emotionale Entscheidung. Ein Stück weit darf es auch emotional sein. Viele werden sagen, nee, Investment sollte rational sein, aber ein bisschen ist okay. Deswegen sage ich, kauf das, was deinem Budget passt, kauf das, was dir auch ein Stück weit gefällt, aber überlasse uns da das Thema mit der Vermietung, weil wir kümmern uns da komplett drum. Wir sorgen dafür, dass wir einen Mieter für deine Wohnung haben, egal ob du in der 18. Etage bist oder ob du in der 2. Etage bist, es kommt auf das Gesamtkonzept drauf an und dass dein Mieter happy ist und dass dein Mieter das bekommt, was er gerne haben möchte. Apropos Bauchgefühl, wir kriegen auch oft die Anfrage, hey, ich suche jetzt eine Immobilie für mich selber, für meine Familie, wir ziehen jetzt nach Dubai, wir sind richtig gehypt und ich habe so viel Geld auf der Seite, was ich gerne ausgeben möchte für meine Traumimmobilie. So, dann gehen wir ins Gespräch und dann heißt es, ja, ich habe beispielsweise eine Million Euro, die ich gerne ausgeben möchte für unser Eigenheim. Die meisten waren aber vielleicht erstmal 4, 5, 6, 7 Mal in Dubai, haben hier nur Urlaub gemacht, waren nur in Hotels, waren hier nur ein bisschen in Downtown, in der Marina, auf der Palme und kennen das Leben eigentlich in Dubai noch gar nicht. So, und wenn du dich jetzt gerade auch selber hier drin findest, dann hör jetzt mal genau zu, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach sinnvoller ist, sein Geld nicht direkt in ein Eigenheim zu binden. Warum nicht? Mal angenommen, du investierst eine Million Euro, weil du hier eine Immobilie für dich gefunden hast. Mal angenommen, ein Haus in Downtown oder eine Wohnung in Downtown, weil du sagst, hey, ich möchte gerne hier in der Stadt leben und das will ich jetzt gerne mal probieren. So, dann kaufst du die Wohnung für eine Million Euro, wohnst vielleicht ein halbes Jahr drin, dreiviertel Jahr und dann merkst du, hoppla, das ist doch nichts für mich. Für die Kinder ist es nicht passend oder deine Frau fühlt sich nicht wohl oder dein Partner, was auch immer. Und du hast so ein mulmiges Bauchgefühl bei der ganzen Sache, dass du jetzt eine Million Euro investiert hast oder ausgegeben hast für eine Immobilie, die dir nicht zu 100% gefällt. So, jetzt hast du das Problem, jetzt musst du die Wohnung erstmal verkaufen, dass du was anders kaufen kannst. In der Zeit vom Kaufprozess, da kannst du auch nicht so wirklich drin leben. Irgendwann musst du die Übergabe machen, dann kannst du aber nicht nahtlos wieder in deine nächste Wohnung einziehen. Und das will man ja nicht, wenn du nach Dubai auswanderst, du willst ein chilliges Leben haben, du willst ein gutes Leben haben und dich nicht um solche Probleme dann auch noch kümmern. Was hältst du von einer Alternative, wenn ich dir sage, nimm doch das Budget, was du für dein Eigenheim ausgeben wolltest und teile das auf in mehrere kleinere Wohnungen und lass das Geld für dich arbeiten. So, diesen Tipp habe ich nämlich ein paar Leuten hier gegeben, als sie nach Dubai ausgewandert sind. Die hatten Träume von, ich möchte eine Wohnung im Address JBR haben oder hier und da, habe ich gesagt, komm, lass uns mit dem Geld arbeiten. Wir haben das Geld aufgeteilt, eine Million Euro kannst du perfekt aufteilen in beispielsweise vier One-Bedrooms in der B-Lage, in JVC, beispielsweise in unserem eigenen Projekt. Und kannst vier One-Bedrooms vermieten und diese Mieteinnahmen dann natürlich dafür wieder nutzen, um dir deine eigene Immobilie damit zu finanzieren oder deine eigene Miete zu bezahlen. So, ganz einfach als Beispiel, vier Wohnungen, vier One-Bedrooms. Ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz pessimistisch gerechnet, hast du 15.000 Euro pro Wohnung im Jahr netto Jahresmiete. So, das sind 60.000 Euro im Jahr und mit 60.000 Euro im Jahr an Miete, kriegst du schon sehr, sehr schöne Sachen. Dann hast du aber den Vorteil, dass du super flexibel bist, weil du kannst mal ein Jahr hier in Downtown leben, machst mal ein Jahr auf der Palme, machst ein Jahr in der Marina, machst ein Jahr von mir aus irgendwo in der Wüste. Und so kannst du mal selber ausprobieren, was passt denn zu dir. Und dann wirst du auch sehen, alles klar, es ist noch nie jemand nach Dubai gekommen, der in seiner ersten Wohnung zu 100% das gefunden hat, was er sich vorgestellt hat. Deswegen macht das sicherlich auch Sinn, über diese Option nachzudenken. Ich bin mal gespannt, was du von dieser Idee hältst. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt. Lass uns gerne mal diskutieren, ob du lieber eine Million in eine Wohnung reinstecken würdest oder lieber viermal One-Bedrooms kaufst und diese vermietest und mit den Mieteinnahmen selber irgendwo einziehst. Bin gespannt. So, was ist unser Fazit? Unser Fazit ist der Lieblingsspruch von unserer Anwältin Mariam Al-Sairafi, es kommt drauf an. Deswegen schick uns gerne eine Anfrage, lass uns darüber diskutieren, was suchst du, was ist dein Budget, was ist dein Traum, was ist dein Ziel und dann suchen wir die perfekte Immobilie für dich raus. Wenn du uns gerne mal persönlich kennenlernen möchtest, bevor du hier nach Dubai kommst, komm auf unsere Deutschlandtour vorbei. Wir sind im September unterwegs in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Zwei Wochen lang, jeden Tag woanders machen wir ein Event und wir erwarten dich. Sehr, sehr gerne sei unser Gast. Hör uns zu, wir reden über Immobilien, wir reden über unsere Anwaltskanzlei, über Firmengründung, über Visa-Prozesse und alles. Und ja, freuen uns, dich da begrüßen zu dürfen und nicht vergessen, wir haben natürlich auch unser nächstes Immobilieninvestment-Projekt hier gemanagt von uns im Gepäck. Und das werden wir euch zeigen. Bis dann. Bis dann.